Ich versuche in einer Folge alle Demonics, die es gibt, zu zähmen. Dabei fange ich klein an und arbeite mich dann bis zum Demonic Reaper hoch. Wie das Ganze läuft, seht ihr jetzt gleich in der Folge. Viel Spaß euch! So Leute, und damit legen wir heute wieder los. Ich habe gerade schon mal geguckt hier, nämlich in die Spiffy, welche Demonics es gibt. Und es gibt anscheinend 5 Demonics, wenn ich das hier so richtig sehe. Und ich habe gerade schon mal in die Liste meine Servers geguckt und da sind gerade nur 4 Stück drin. Also der Gorilla ist nicht dabei. Und ich würde sagen, wir zähmen vom kleinsten zum wahrscheinlich stärksten. Ich denke mal, Dino ist wahrscheinlich der Schwächste, dann wahrscheinlich Money Dragon, dann Feerox, dann Reaper oder so. Und Gorilla muss ich mal gucken, vielleicht spore ich den dann danach. Also im Prinzip, wir machen dann Dino-Wipe, dass der dann hoffentlich danach sporent. So, das wollte ich sagen. Und das wird auf jeden Fall unser Plan. Wir versuchen, alle Demonics in dieser Folge zu zähmen, weil wir warten schon viel zu lange drauf, dass ich überhaupt Demonics zähmen kann. Und deshalb dachte ich, wir speedrunnen das Ding jetzt und holen alle in einer Folge. Das ist das Ziel. Ich habe übrigens meine ARC-Grafik runtergestellt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe keine Ahnung, soll das so? Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen runtergestellt, weil ich mir dachte, in letzter Zeit lag das schon extrem so bei Bosskämpfen und sowas. Aber der Griffin lädt einfach gar nicht mehr ein. Also wirklich gar nicht. Wir müssen, glaube ich, einfach damit leben, dass der Griffin jetzt so aussieht. Also ich weiß nicht, Low-Quality Griffin gibt es anscheinend einfach gar nicht. Es gibt nicht ein Level 600er auf dem ganzen Server, von daher gehen wir uns mit einem 580er zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze laufen wird. Ich versuche einfach vor meinem Griffin Raketen zu schießen und nicht selber getroffen zu werden von dem Ganzen. Ich habe keinen Plan, ob das so funktioniert. Tatsächlich, ich habe wirklich gar keine Ahnung, habe ich wohl getroffen möglicherweise? Ich glaube nicht mal. Vor allem die Raketen sind richtig teuer und ich schieße einfach ohne irgendwas zu sehen, aber ich muss es auch einfach mal drauf anlegen. Da ist übrigens auch ein Steingolem. Da müsste man theoretisch auch mal testen, ob man denen damit vielleicht... Was passiert hier? Okay, ich wurde einfach gelandet, wo ich geschossen habe. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich wurde gestern tatsächlich, wo ich Raketen vorbereitet habe, wurde ich auch von einem Dillo gewonshottet. Also es ist schon nicht so cool. Ich glaube, das sollte ein Treffer sein, oder? Wenn das kein Treffer ist, ja, zack. So, wie viel Topo das Ganze? Das sind 70k Topo. Mehr nicht. Und der schießt dann direkt in meine Richtung und könnte mich löschen. Mein Griffin sieht so schrecklich aus. Oh mein Gott. Vielleicht muss ich es doch ein bisschen höher stellen wieder. Hä, wie soll man das denn professionell machen? Ich habe keine Ahnung. Das hier ist ja schon tricky. Komm schon, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Das war ein Hit. Oh mein Gott. Ja, nee, ich habe gar keine Angst. Ohne Witz. Ich habe keine Angst. Das ist super cool. Demonic-Theme macht übel Bock. Okay, gefühlt kriege ich es jetzt ein bisschen besser hin. Ich fliege einfach einmal richtig nah dran und dann schieße ich einfach einmal die Rakete und dann fliege ich einfach weiter und dann trifft er mich eigentlich die ganze Zeit nicht. Und ich treffe ihn eigentlich relativ gut. Das ist vielleicht ein Trink bei dem Ganzen. Bei den Flammen muss man extrem aufpassen. Wenn du da reinfliegst, bist du einfach instant tot. Wieder ein Hit. Guckt euch das an. Ich habe ihn fast. Also jetzt so langsam habe ich den Dreh aus und ich habe auch viel mehr Topo gemacht. Ich sehe nur Busch, aber das war ein Hit. Er liegt erster Dämonik down. Oh mein Gott, mein gequälter Gryffindor. Er tut mir so leid. Junge, du hast auch schon einiges mitgemacht, mein Freund. Du hast schon einiges mitgemacht. Ja, so wie viel Kimmel braucht der? Ist der teuer? Ein Kimmel. Super Sonderangebot. Zumindest das. So, gezähmt. Erster Dämonik ist da, liebe Leute. Okay, ich habe das gerade wieder ein bisschen höher gedreht. Und wenn ich jetzt mich nah dran stelle, ist sein Gesicht immer noch genauso schlimm. Aber er ist kein nackter Gocke mehr. Hey, wir kommen der Sache näher. Auf jeden Fall unser Delo hat ein Seil drauf und den werden wir jetzt mal abchecken. Ich hoffe, dass er super, super, super stark ist. Rechtsklick ist das hier. Der macht 10k Damage und bringt einfach alles drumherum zum Brennen und baut auch gleichzeitig ab, glaube ich. Also der hat gerade auf jeden Fall das Fleisch einfach abgebaut, obwohl ich nicht irgendwie gebissen habe oder so. Ich würde das gerne mal an irgendwas Stärkerem testen. So, jetzt haben wir noch C-Ergriff. Hat er nicht. X-Ergriff hat er nicht. Linksklick macht 27.000. 27.000 ist echt nice. Ja, strong, glaube ich. Das ist ein mythical. Wisst ihr was? Da werden wir jetzt einfach mal drauf spucken und gucken, was passiert. Warte. Zack. Wie viel Leben hat der? Der hat 54.000 Leben und war direkt deleted. Wir müssen noch was Größeres suchen. Könnte sein, dass es nicht so smart ist, was ich hier gerade mache. Aber wisst ihr was? Man muss doch einfach mal den getesten oder nicht? Wisst ihr was? Ich spucke jetzt einfach und gucke, was passiert sonst? Renn ich um mein Leben. Keine Ahnung. Okay, ich mache Damage. Und auch... Ja, nee. Ich mache nicht so viel Damage. Okay, Rückzug. Rückzug aber ganz schnell. Ja, ja. Das ist keine gute Idee. Ich mache 90k mit Biss. Das ist halt nicht schlecht. Aber eine Wimer macht die wie 100k. Und das mit dem Feuer ist nicht so krass, wie ich dachte. Von daher Rückzug. Einen hätten wir jetzt abgehakt. Jetzt gehen wir direkt zum nächsten. 40 Dragon Level 600 ist da. Es sind nur zwei Stück auf dem Server. Einer Level 80, einer Level 600. Von daher Level 600. Das wird wahrscheinlich eine große, große Qual sein. Aber wir ziehen durch. Sein großer Bruder ist einfach direkt daneben. Aber egal. Ja. Wir werden jetzt mal drauf schießen. Gucken, ob der vielleicht mehr Topor bekommt. Ich hoffe, dass die Raketen halbwegs reichen. Sonst müssen wir zu Hause noch welche craften. Aber das sollte kein Ding sein an sich eigentlich. Ich glaube, ich habe fast alles zu Hause jetzt. Oh, der kriegt tatsächlich mehr Topor. Oder ich habe ihn wie besser getroffen. Oh, 1,7 Wille ist aber auch ein bisschen was. Ich hoffe, den kriegen wir. Hier schießt der irgendwas. Ich habe jetzt nicht geguckt. Das war kein Hit. Oh no. Das war anscheinend auch kein Hit. Man muss die echt genau treffen. Er ist so ein bisschen sauer. Aber nicht schlimm sauer. Der ist easy zu zähm. Okay. Die Situation gefällt mir nicht so gut. Wie lösen wir diese Situation? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Er ist halt fast ausgedockt. Wenn ich noch Einschuss mache, ist er ausgedockt. Ich kann alles andere drüber rum ausdocken. Vielleicht. Ich habe ja die guten Feinde. Das sollte eigentlich gehen, oder? Könnt ihr mal bitte alle aufhören? Hallo. Lasst bitte alle meinen... Oh nein. Ich habe vorhin die Dragon angeschossen. Junge, wie viel auch. Oh nein. Was ist hier wieder los? Wie kommt es zu sowas schon wieder? Ey, warte noch mal. Warum muss bei mir immer alles eskalieren? Ey, ich brauche noch einen Schuss, bis er ausgedockt ist. Und der ganze Familie hat high. Greif den an. Er ist gerade ertrunken. Er ist ertrunken. Ich kann das alles nicht mehr. Level 80 von die Dragon. Ich komme. Ich habe am Anfang vom Video nur gesagt, ich will so viele Demonic-Szenen in einer Folge wie möglich. Und nicht die besten Level oder so. Also, Level 80. Ich mache nachher einen Dino-Wipe, sobald ich die alle gezähmt habe. Und dann hoffe ich mal, dass es besser kommt. Aber schon fast. Oh mein Gott, das ging ja so viel einfacher. Holy... Ah! Oh nein, der töte mein Griffin noch. Oh mein Gott. Alles unter Kontrolle. Wie immer. Okay, Bill, wie viel brauchst du? Ein, zwei? Du brauchst nur ein. Ja, entspannt. Thorny Dragon. Abgehakt. Wollen wir den überhaupt testen? Level 80 ist schon echt Schmutz, ne? Aber, ja, vielleicht testen wir ihn kurz. Ey, Griffin, dir geht es gar nicht gut. Kommst du mir nur so vor? Da sehe ich da riesig drauf aus. Auf jeden Fall. Das hier ist der Linksklick. Der macht 6k Damage. Rechtsklick ist das hier. Der macht 10k. Wie beim Dillo tatsächlich. Das ist also ein fester Wert anscheinend. Den kann man auch ziemlich spammen. Okay. Das ist halt not bad dann, ne? Guck mal. Okay, aber tatsächlich, der Ponto hat es immer ein bisschen ausgehalten. Also schon nicht so stark. C angriff nicht. X angriff nicht. Das war es komplett. Nächster bitte. Demonic Ferox. Level 520. Das ist mal ein gutes Level. Und das ist wahrscheinlich auch ein echt cooler Tame. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das so gut hinbekommen. Das ist halt die Frage der Fragen. Weil der ist letztes Mal übel ausgerastet, als ich mal auf den geschossen habe. Aha, ich habe ein ganz so gutes Gefühl bei der Sache. Ich hoffe, ich kann den direkt zweimal treffen. Einmal habe ich getroffen. Und rastet der aus? Der greift gerade andere Sachen an. Das ist halt perfekt. Wie wenig Topor. Was ist das? Habe ich dich getroffen? Doch, ich habe getroffen. Oh, jetzt kriegt der Topo. Okay, alles gut. Oh mein Gott. Anscheinend habe ich am Anfang den Stego getroffen oder sowas. Bleibt mal da. Das war auch kein richtiger Treffer. Aber es läuft. Es läuft echt gut schon. Das kriegen wir gut hin. Ich habe noch 60 Raketen. Die sollten auf jeden Fall reichen für den Kollegen. Und den will ich nicht ins Wasser holen. Das weiß ich auf jeden Fall. Weil Wasser, haben wir gemerkt, ist nicht der Weg. Was? Wasser ist nicht der Weg, meine Lieben. Das Gesicht war bei Griffin. Ach Mann, ey. Tut mir leid, ey Griffin. Dass ich das anschauen musste, damit das Video von der Fliegt läuft. Ich habe den ultimativen Lifehack gefunden. Einfach die ganze Zeit sehr enge im Kreis fliegen. Und dann läuft er die ganze Zeit hinter dir her. Und dann kannst du ihn einfach die ganze Zeit abschießen. Fliegt hinter dir her. Zum Glück kann er nicht fliegen, ey. Obwohl das Abschießen klappt gerade auch eher geht so, ne? Ah, guter Lifehack schon wieder. Ne, easy gehittet. Ihr habt es gesehen. Oh, das wird nochmal ein Hit. Er hat mich angezündet. Er hat meine Rüstung zerstört und meinen Griffin hops genommen. Okay. Warum auf einmal? Primal Resurrected Rhyvern? Was? Hä? Wo kam jetzt ein Rhyvern her? Die Frage ist, wie komme ich da ganz schnell wieder hin? Und warum bin ich nicht zu Hause gespawnt? Fragen über Fragen. Mein Griffin ist dead. Mein Griffin ist dead. Das war, glaube ich, mein letzter. Ne, ich habe noch Eier vielleicht. Ah, das ist gar nicht gut. Ich muss nochmal schnell sterben. Und ich muss da ganz schnell wieder hin. So, bin jetzt gleich wieder da. Hatte zum Glück noch einen Griffin am Start. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der erste Seil Topor verloren hat. Und zweitens die Rhyver da noch rumfliegt, die ich noch nicht mal gesehen habe. Tatsächlich. Topor hat er noch relativ. Wo ist die Rhyvern? Mich hat eine Resurrected Rhyvern getötet. Und die hat mich halt irgendwie angezündet oder sowas. Ich habe es gar nicht gecheckt. Da ist sie. Okay, jetzt habe ich sie auch gesehen. Okay, jetzt habe ich sie auch gesehen. Ich glaube, die hat uns irgendwie nicht mal gesehen. Warum auch immer. Was ist mit dem Ferox los? Ich habe Angst. Jetzt habe ich richtig Angst. Holy shit. Ferox ist halt wieder am Wasser unterwegs. Ich liebe es. Das macht mich schon sehr glücklich. Ich muss mich einfach die ganze Zeit umgucken auch. So, kann ich dem noch eine geben, bevor er ausgenocktet ist? Save. Wo ist die Rhyvern? Ich habe keine Ahnung. Oh, mein. Ich bin ausgenockt. Warum bin ich ausgenockt? Ich glaube, der nächste Griffin ist tot. Läuft gut. Läuft sehr gut. Ich habe die Zeit meines Lebens. Eine coole Challenge, die ich mir da ausgesucht habe mit dem so, ey, lass mal viele Dämonics ziehen und sowas. Ja, ey, zum Glück habe ich dich doch hier. Hä? Der Griffin, der Griffin lebt einfach. Okay, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Oh, mein Gott, nicht mehr lange. Okay. Yo, yo, yo. Wo kommt die Rhyvern schon wieder her? Die Rhyvern sieht man fast gar nicht. Griffin, komm raus. Okay, du kommst nicht raus. Ja, das ist halt echt uncool. Wirklich hinter mir her jetzt. Ich habe echt viel Move-in-Speak gespielt jetzt extra. Auf dem hier. Ich hoffe, dass ich damit wegkomme und ich hoffe, dass ich nur noch eine Rakete brauche. Und ich hier dann ganz schnell abhauen kann, weil mir gefällt die Situation überhaupt nicht. Vielleicht noch eine zweite. Ist das ein Hit? Ist kein Hit. Okay, das aber hoffentlich. Bist du ausgenockt? Bist du ausgenockt? Leg dich hin. Leg dich schlafen. Es ist Zeit. Bettchen Zeit. Du bist immer noch nicht ausgenockt und ich sehe schon, wie du gleich im Wasser ausgenockt bist. Dann habe ich dir einfach im Wasser aus. Eigentlich müsste der Hunger haben, oder? Der Safe-Hungar. Aber den anderen auch so. Komm. Ich habe gehirrtet. Er schläft. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind da an was dran. Keine Weiver in der Nähe. Ich packe dich trotzdem ein. Ich habe Angst. Du wirst mir nicht sterben. Nicht du auch noch. Ich glaube, ich habe sonst auch keine mehr. Ich habe nur noch Eier rumliegen dann. Sieht super komisch aus. Der Ferrox auch. Aber Kimmel, ich weiß nicht, wie viele. Wie viele? Nehmen wir einfach sechs. Du brauchst nur zwei. Perfekt. Gib mir den Rest wieder. Will du isst die auch noch. Einpacken. Weg hier. Dem geht es ja noch schlechter als dem Griffin. Oh ne, von hier nicht. Von hier schon. Ne, aber auch nicht so wirklich. Hä? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir setzen uns einfach drauf. Sattel ist nämlich eigentlich am Start. Aber ich habe die anscheinend nicht vergessen. Schade. Ja, habe ich echt. Und jetzt geht es los. Hoffentlich haben sich die Qualen... Okay, was zum Teufel ist das aus deinem Rücken? Was sehe ich hier gerade? Was sehe ich hier gerade? Seit wann spiele ich Roblox? Was ist das denn? Der macht übel Damage. Der macht richtig, richtig Damage. Das war wirklich View Distance einfach. Was zum Teufel so? Das ist der C-Angriff. Was auch immer ich da gerade gesehen habe. Der schießt überall hin. Nur nicht dahin, wo ich wollte eigentlich. Junge, der schießt wirklich überall hin. Der hat sogar mein Haus angezündet, glaube ich. Ist das normal? Ist das okay? Macht das Damage oder so? Der hat Haie getötet und so gerade. Der hat gerade auch Fisch gefarmt. Einfach nebenbei. Der C-Angriff ist wild. Also der ist sehr, sehr wild. Und der hat auch cooldown. Also den kann ich jetzt... Jetzt kann ich den wieder benutzen. Guck mal, ich habe den voll auf den Dillo geworfen. Ja, ich weiß nicht. Also was ich davon halten soll, weiß ich jetzt nicht. Damit kann man nicht auf Gegner ebenso wie ich. Ich habe aber gerade Perlen gefarmt nebenbei. Das ist der Rechtsklick, den will ich auch mal abchecken. Der sieht wild aus. Warte, warte, warte. Ah. Der macht genauso viel Damage wie der Linksklick. Und der Linksklick ist viel, viel schneller. Ich habe den Dillo da hinten getroffen. Oh nein. Oh nein. Demonic Dillo. Aua, aua, aua. Aber ich kriege gar nicht so viel Damage gerade. Ich habe trotzdem sehr viel Angst. Ich habe sehr viel Angst. Ich kann auch irgendwie nicht wegspringen gerade. Ich sehe halt auch nichts. Guckt euch das an. Das sieht halt wild aus. Also wirklich sehr, sehr wild aus. Ich treffe halt alles. Nur durch das, was ich treffen will. Ich meine, ich kann einfach gegen den Dillo kämpfen. Ich habe so Angst, dass du mich hochjagst. Oder war es das wieder. Wir testen mal. Rechtsklick habe ich schon. Das war der. Wie viel macht der jetzt? 42k. Okay. Wie viel Leben hat der so? Der hat 5 Müll. Das ist natürlich ein High Level. Und der macht auch gut Damage. Wir haben so viel Leben. Wie viel Leben haben wir denn? Hä? Das muss ich gleich mal abchecken. Es geht halt wieder alles hoch. Ich werfe auch selber auch einen C-Angriff. Der fliegt halt wieder überall hin. Nur nicht auf den Dillo. Was habe ich noch? Ich habe X vielleicht. Ne, X habe ich nicht. Ich gehe einfach rein. Ohne Witz. Wir gehen einfach rein. Ich sehe nicht mal was. Irgendwo hier kriegt was Damage. Da gehen wir hin. Okay, wir ziehen einfach durch. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Wir kommen nicht mal ran. Der Dillo ist das Schlimmste überhaupt. Der ist einfach übermächtig. Obwohl. Vielleicht jetzt. Ne, 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 ne. Okay, ne. Okay. Wir ziehen uns zurück. Ist okay, Dillo. Diesmal gewinnst du. Wir halten fest. Der Ferox absolut, absolut stark. Echt gut. Und ich denke gegen Bosse wahrscheinlich auch stark. Weil er echt schnell zuschlägt. Aber wir haben hier schon die nächsten Kollegen. Und das ist der Demonic Reaper. Level 560 by the way. Gutes Level sogar. Und wir legen wieder mal los. Und werden hier die Raketen reinböllern. Und hoffentlich haben wir keine komischen Zwischenfälle mit irgendwelchen Resurrected Drivern oder sowas. Den zu treffen wird wahrscheinlich also so schwer sein. Ich glaube das wird extrem schwer sein. Weil der einfach auch super, super schnell ist. Und ich bin gerade sehr tief unterwegs. Und irgendwie schaffe ich es nicht. Warum bin ich gelandet? Warum bin ich gelandet? Der ist so schnell. Wie soll ich den da treffen? Oh mein Gott. Das wird lange dauern. Das wird lange, lange dauern. Außer. Oh mein Gott. Habe ich ihn einmal getötet? Ne, habe ich ihn nicht mal. Also das war schon sehr nah dran. Und ich habe ihn trotzdem nicht getroffen. Den muss ich eigentlich einbauen oder so. Aber wie zum Teufel. Spontane doofe Idee gehabt. Nämlich, ich war jetzt gerade schon die ganze Zeit unterwegs. Und habe den auch ein paar mal getroffen. Aber es ist super, super mühsam. Ich glaube ich bin jetzt so bei Hälfte Topo. Und ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht dafür. Und viele Raketen vorbeigeschossen. Und ich dachte mir gerade so. Hey, mein Demonic vorhin konnte echt gut den anderen Demonic tanken. Wie sieht es aus, wenn ich meinen Low Bob Forney Dragon einsetze? Den Reaper damit tanke. Und währenddessen mit Rockets auf den schieße. Ich weiß nicht, wie gut die Strategie ist. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ich versuche den Akku zu ziehen. Und versuche den dann einfach mit Rockets abzuschießen. Wenn was passiert, dann passiert was. Dann ist das so. Wir werden jetzt einfach... Jo. Oh, der ist auch direkt in mich reingelaufen. Und das war ein Hit. Also einen Hit haben wir schon mal gut drauf bekommen. Ich hätte da vielleicht früher drauf kommen können. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, mich selber zu treffen. Kann ich mich damit selber ausknocken? Ich habe keinen Plan. Anscheinend nicht. Aber der macht schon gar nicht so viel Damage. Der macht nicht so viel Damage. Das ist okay. Wo ist er? Er rennt weg. Hör auf wegzurennen. Jo, ich habe so lange für die Topo gebaut. So lange. Und ich hätte das so machen können. Das ist ja richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Nur jetzt rennt er halt weg. Ne, ich habe nochmal einen Hit. Oh mein Gott. Das ist die Lösung für euch alle. Okay, ich mache mir selber Topo. Fällt mir gerade auf. Und das auch gar nicht so wenig. Also ich bin schon halb ausgenockt. Aber er kriegt halt auch ordentlich Topo. Holt euch Low Bob Forney Dragons einfach. Leute, das ist der Weg. Der Weg zu eurem Reaper. Und das hätte ich beim Ferox auch machen können. Ach, Manometer. Okay. Und dann mit Stimulant hätte ich das vielleicht wieder wegmachen können sogar. Meine Topo. Oh nice. Nochmal Hit. Da. Frisst das. Und ausgedockt. Oh, wie einfach. Oh, das hätte so einfach sein können. Ich bin die ganze Zeit doof rumgeflogen, ey. Ah, ja egal. So, wie viele Kübel braucht der? Wahrscheinlich wieder nicht so viele. Ich packe trotzdem mal ein paar rein. Oh doch, vier. Nimm noch einen. Da. Und wir haben alle, die gerade auf dem Server sind, haben wir damit gezähmt, Leute. Wir haben alle Demonics, die auf dem Server waren, gezähmt bisher. Ich gucke gleich mal, ob ich den Affen noch zum Spawnen bekomme. Wenn ja, holen wir den auch noch. Aber erstmal kurzer Test. Und da sind wir mit dem Reaper unterwegs. Ich habe gerade schon einmal eine Schildkröte gebissen, habe 25.000 Schaden gemacht. Also nicht so super, super krass wie hier. Aber ich hoffe, dass vielleicht der Rechtsklick oder der C-Angriff ein bisschen stärker ist. So, hier. C-Angriff ist das hier. Macht auch 25.000. Das hat aber einen Knockback. Und der Rechtsklick. Ich hoffe, den kann ich jetzt mal eben schießen. Oh Gott, wo schießt der hin? Oh Gott, wo schießt der schon wieder hin? Und das macht wieder 10.000 Damage. Das hat keine Cooldown. Das ist gut. Nicht so wie bei den anderen. Das hat gar keine Cooldown. Aber man kann das nicht wirklich aimen. Und das macht nur 10.000 Damage. Und das scalet dann auch nicht, je mehr Damage er scalet. Von daher auch nicht so krass, ne? Ich glaube, der Fairox ist so der krasseste, weil er echt schnell zuschlägt und am meisten Damage macht. Aber das hier ist jetzt nicht so crazy. Ja, wir testen einfach mal bei dem hier. Das ist ein Nightmare Boss Level 60. Hat nur 64 Mille Leben. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Damage das Ganze macht an dem. Das macht halt echt keinen Damage, ne? Das macht keinen Damage, Leute. Ah, okay. Das ist schon nicht so schlecht. Ich kann halt auch die ganze Zeit rückwärts laufen und einfach das immer wieder machen. Und er läuft halt super langsam dabei. Aber ich könnte damit den Nightmare Boss wahrscheinlich, obwohl er fängt an zu rennen. Ne, er fängt auch nicht an zu rennen. Ich könnte wahrscheinlich damit wegmachen. Ja, easy sogar. Ich könnte einen Nightmare Boss killen. Guckt euch das an. Also ich weiß nicht, wie viel Damage er macht. Ich will es wahrscheinlich auch nicht erfahren unbedingt. Doch ich sollte mal ein bisschen weglaufen. Okay, 33.000. Das ist auch gar nicht so viel. Weil der hat 10 Mille. Ah, der Bleed. Okay. Der Bleed ist halt ekelhaft. Aber der hat 10 Mille Leben, der Reaper. Das ist schon krass eigentlich. Wir können den mal eben zu Ende machen, ne? Er ist gleich down. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so einfach Bosse gemacht. Also dafür ist er dann doch schon wirklich, wirklich stark. Das war gar kein Problem. Ich habe auch ein paar Sachen bekommen. Ich habe Settel bekommen. Bessere Settel. 300 Amor Reaper Settel. Oh mein Gott. Und für mein Dillo auch drei Stück. Drei Stück. Und ich habe irgendwie noch andere Kram bekommen. Ich habe eine Rakete bekommen. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und sortiert. So mal eben kurz gucken. Dillo Settel. Dann habe ich hier noch Poli bekommen. Electronics. Eine Pike. Keine Ahnung, ob ich sowas brauche in meinem Leben. Elemental Narkotik. Ja, ne. Das ist halt nicht so cool. Aber das war gut. Okay. Ich habe jetzt gerade nochmal drei Dino-Wipes gemacht. Und bisher ist kein Gorilla bei mir gespawnt. Also entweder ich bin super, 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 super Unluck hier. Oder die Dinger spawnen einfach gerade nicht. Aber dann würde ich sagen, Challenge ist in meinen Möglichkeiten bestanden, würde ich sagen. Demonics gezähmt. Ferrox. Reaper Queen. Dann haben wir noch die Dillos geholt. Und hier den Forney Dragon, der auch überlebt hat tatsächlich. Hey. Damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich nach der Reaper Action. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann sehen wir uns auf dem nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.